Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Patch-Notizen-Video. Die Patch-Notizen für das August 2022 Update sind da. Diese werden wir uns natürlich wie gewohnt gemeinsam anschauen. Und das Update geht nächste Woche Montag, den 29. August live. Dort geht es los. Und wir haben hier direkt als erstes auf jeden Fall was richtig Cooles, was auf jeden Fall vieles von euch freuen wird. Die deutschen Schlachtschiffe kriegen eine alternative Linie. Da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Diese werden auf jeden Fall in den Early Access kommen. Und zwar werden wir dort auf Stufe 4 die Derflinger bekommen. Diese geht sozusagen von der König ab. Und auf Stufe 5 gibt es die Mackensen. Auf Stufe 6 Prinz Heinrich. Und Stufe 7 wird die Ziten. Und das Stufe 8 Schlachtschiff wird die Prinz Ruprecht werden. Welche allerdings erst ein Update später verfügbar sein wird. Allerdings hat man natürlich schon Chance die Stufe 4 bis 7 Schiffe aus Kisten zu ziehen. Die Kisten sind ab dem 1. September verfügbar. Und am Early Access System hat sich eigentlich nicht viel geändert. Außer dass sozusagen ja früher die Stufe 7 Schiffe immer ein Update später gekommen sind. Das hat sich jetzt sozusagen verschoben. Dass halt das Stufe 8 Schiff jetzt ein Update später kommt. Und das 7er quasi auch in Kisten bekommen werden kann. Besonderheiten der alternativen deutschen Schlachtschiffe sind verbesserte Sekundärgeschütze. Denn haben wir teilweise auch Torpedos mit dabei. Was natürlich immer sehr gefährlich ist, wenn man dort in den Nahkampf kommt für die Gegner. Und ab Stufe 5 werden die Schiffe auch das so nah haben. Und dann kommen wir direkt zum Feldzug. Es wird natürlich auch wieder wie gewohnt ein Feldzug geben. Und es hat es auf jeden Fall sehr sehr in sich. Wir bekommen das japanische Premium Schlachtschiff auf Stufe 8. Die Musashi im Spiel. Hat natürlich auch wie die Yamato 460 Millimeter Geschütze. Und einiges an Trefferpunkten. Also auf jeden Fall ein richtig geiles Feldzugschiff. Und es gibt natürlich auch wieder einiges an Belohnungen. Auch für die Leute, die vielleicht komplett gar kein Geld ausgeben. Kann man hier auf jeden Fall einiges abstauben. Und zwar im Gesamtwert von über 18.000 Dublonen. Und wer sich noch die Admiralitätsunterstützung für wie gewohnt 2.500 Dublonen kauft. Der kann hier einen Gesamtwert von über 75.000 Dublonen abstauben. Inklusive natürlich dem Premium Schlachtschiff der Musashi. Als nächstes haben wir die legendären Transformers. Sind hier die Transformers. Kommen zurück mit ein paar neuen Inhalten. Wir werden hier zum Beispiel einen zusätzlichen Skin für die Republic bekommen. Und es heißt hier auch noch von weiteren legendären Schiffskins. Da sind wir auf jeden Fall mal gespannt was es dort geben wird. Und außerdem wird es auch alle ehemaligen Transformers Inhalte, die es schon mal gab, wieder zum Kauf geben. Wenn man dort was haben möchte. Und ja, wer da natürlich drauf steht, kann dort natürlich gerne zuschlagen. Ist aber natürlich immer sehr sehr Geschmackssache. Und als nächstes haben wir hier die Flugzeugträger der höchsten Stufe. Es wurde ja schon vor einigen Wochen mal angekündigt, dass auf jeden Fall legendäre Flugzeugträger kommen werden. Jetzt ist es soweit. Im nächsten Update werden diese ins Spiel kommen. Ich weiß, der eine oder andere ist kein großer Fan davon. Der andere schon. Da spaltet sich natürlich schon die Community. Aber ich sag mal, ein paar mehr Schiffe sind nicht verkehrt. Auch wenn ich auf jeden Fall nicht unbedingt gerne in Flugzeugrunden spiele. Und zwar werden wir zwei legendäre Flugzeugträger bekommen, welche über das Büro verfügbar sein werden. Und zwar den amerikanischen Flugzeugträger die Midway und den japanischen Flugzeugträger die Hakuyu. Diese Projekte werden aber nicht kostenlos direkt für alle verfügbar sein im Büro. Man muss diese Projekte kaufen. Entweder für Kreditpunkte kann man die Projekte kaufen oder für Dublonen. Die Preise haben wir hier leider nicht stehen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber wer natürlich genügend Kreditpunkte zusammen hat, der sollte die natürlich auch für Kreditpunkte kostenlos kaufen. Allerdings wird die Möglichkeit, die Projekte für Dublonen zu erwerben, mit dem nächsten Update entfallen. Das sollte man auf jeden Fall bedenken. Und als nächstes haben wir die gewerteten Gefechte. Kommen zurück mit drei weiteren Saisons. Saison 29, 30 und 31, welche im 4 gegen 4 Format ausgetragen werden. Ohne Flugzeugträger und nur mit einem Zerstörer pro Team. Und dann gibt es hier noch ein paar News zur Mobile-Version, wo ja dran gearbeitet wird. Ab dem 5. September wird die Mobile-Version für die Kapitäne in Kanada und in den Philippinen verfügbar sein. Allerdings mit ein paar Einschränkungen. Zum Beispiel Flugzeugträger kann man nicht über die Mobile-Version spielen. Aber es gibt natürlich plattformübergreifende Gefechte. Und dann wird es auf jeden Fall auch noch ein kleines Event geben. Und zwar die Majestätische Tage. Dort kann man auf jeden Fall einige Aufgaben erledigen und damit ein kostenloses Premium-Schlachtschiff freischalten. Und zwar das britische Premium-Schlachtschiff auf Stufe 3. Die Ajin Core kann man dort verdienen. Außerdem gibt es hier noch ein paar weitere Belohnungen. Wie zum Beispiel hier zu sehen in der ersten Woche eine Kapitänsgiste. Zweite Woche ein Abzeichen. Das ist natürlich ganz nett. Und wenn man quasi das alles erledigt, gibt es noch die Hop-Belohnung. Und auch in diesem Update wird es auf jeden Fall ein paar neue Premium-Schiffe zu kaufen geben. Und zwar haben wir hier als erstes den amerikanischen Premium-Kreuzer auf Stufe 7. Die Wichita, welche verfügbar sein wird. Und ihr fragt euch jetzt, wieso ein neues Schiff? Wargaming hat sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Weil ja doch einige Schiffe, die vielleicht mal in der Vergangenheit im Spiel waren, vielleicht minimal zu stark waren. Und deswegen möchte Wargaming diese Schiffe nicht zurück ins Spiel bringen. Damit diese einfach nicht das Matchmaking überfluten. Und da hat Wargaming sich was überlegt. Und zwar wird es von diesen gewissen Schiffen, die theoretisch zu stark sind, um sie wieder in großer Menge zurückzubringen, bestimmte Versionen geben. Beziehungsweise die alten Schiffe werden zu speziellen Sammler-Editionen. Also alle, die zum Beispiel jetzt dieses Schiff hier besitzen. Dort wird sich das Schiff den Wichita SE nennen für Sammler-Edition, welches die alten Werte behält. Und wir bekommen wieder die normale Wichita quasi mit etwas schlechteren Werten im Spiel. Damit alle dieses Schiff dennoch haben können, aber halt nicht ganz identisch. Die Wichita wird auf jeden Fall dort das erste Schiff sein, welches sozusagen dort eine andere Form bekommt. Aber es sind natürlich dort denn Möglichkeiten vorhanden, dass zum Beispiel Schiffe wie hier die Sumers oder zum Beispiel die Mainz zurückkommen. Oder vielleicht auch ganz andere Schiffe, die es schon ewig im Spiel gibt, aber lange nicht mehr gab. Wie zum Beispiel die Kutusov oder vielleicht die Jombar. Wer weiß, was dort alles kommen könnte. Und das ist natürlich auf jeden Fall interessant für alle, die es vielleicht einfach verpasst haben. Schiff, um dort vielleicht mit weniger Potenzial, was die Stärke angeht, trotzdem das Schiff in der Sammlung zu haben. Hier ist dann zum Beispiel auch der genaue Unterschied beschrieben. Zwischen der Wichita in der Collectors Edition in Englisch, Sammler Edition für uns auf Deutsch. Und dem neuen Schiff, dort wird einfach der HE-Schaden um 200 schlechter sein. Der AP-Schaden 200 schlechter. Die garantierten Abprallwinkel der AP werden hier auf jeden Fall verschlechtert. Denn auch noch die Zeit, bis die Granate sozusagen scharf wird. Die Penetration wird ein bisschen verändert. Und auch die Genauigkeit, das werden sozusagen die Unterschiede zwischen den zwei Versionen sein. Und hier auch nochmal ein Bild von dem britischen Premium Schlachtschiff, welches man sich ja im Event dort erspielen kann. Das ist natürlich super. Dann haben wir hier als nächstes den britischen Premium Kreuzer auf Stufe 7. Die Plymouth, welche ins Spiel kommen wird. Wir haben hier auf jeden Fall ähnlich wie zum Beispiel auch bei Edinburgh reine AP-Geschütze. Also man muss dort auf jeden Fall die AP nutzen. Und auch in diesem Update wird es ein paar Balancing Änderungen geben. Als erstes trifft es hier den amerikanischen legendären Kreuzer Des Moines, welcher auf jeden Fall sehr, sehr stark war. Dort wird auf jeden Fall doch einiges genervt. Die Nachladezeit wird auf jeden Fall hier um eine halbe Sekunde verschlechtert. Dann wird der Schaden auf jeden Fall reduziert, sowohl von der HE als auch von der AP. Und außerdem wird auch das Radar von der Dauer von 40 auf 30 Sekunden reduziert. Als nächstes haben wir hier den britischen Premium Kreuzer, die Belfast 43, welcher auf jeden Fall ein paar kleine Buffs bekommen wird. Dort wird die Nachladezeit der Hauptbatterie verbessert, die Brandwahrscheinlichkeit erhöht und Dauer der Nebelwand wird verlängert. Das ist natürlich angenehm, gerade weil die Belfast 43 doch eher sehr schwer zu spielen ist. Dann haben wir noch ein paar Buffs beim russischen Premium Kreuzer auf Stufe 7, die Pyotr Bagration. Dort werden wir auf jeden Fall eine verbesserte Hauptbatterie Nachladezeit bekommen von einer Sekunde. Die Trefferpunkte werden um 1000 erhöht. Und zusätzlich bekommen wir im vierten Platz das Verbrauchsmaterial Radar. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr netter Buff. Das Schiff war natürlich immer relativ uninteressant, weil dort einfach das gewisse Extra gefehlt hat. Man hatte irgendwie keine Nebelwand, man hatte kein Radar, was doch relativ typisch bei den anderen russischen Stufe 7 Kreuzern ist. Und jetzt bekommen wir das Radar dazu, was natürlich sehr nett ist. Dann haben wir noch ein paar Buffs der panneuropäischen Zerstörer. Da diese doch relativ anspruchsvoll zu spielen sind, weil diese keinen Nebelerzeuger besitzen. Und dort werden auf jeden Fall die Zerstörer von Stufe 2 bis Stufe 6 auf jeden Fall alle etwas gebufft. Von der Hauptbatterie Nachladezeit und teilweise auch von den Torpedos. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Man muss dazu sagen, dass das Stufe 7 Schiff keinen Buff bekommt. Wahrscheinlich haben erstens noch nicht so viele Spieler das Schiff. Und zweitens ist die Öster Jürtlern doch relativ angenehm zu spielen. Dementsprechend würde ich dort auch erstmal in naher Zukunft keinen erwarten. Aber die ganzen anderen Zerstörer von Stufe 2 bis 6 bekommen dort alle einen gewissen Buff. Des Weiteren wird auf jeden Fall auch ein Problem der Sättigung behoben. Man kennt es glaube ich relativ gut, dass gewisse Bereiche von Schiffen auf jeden Fall mal komplett gesättigt sind. Und selbst wenn man dort mit zahlreichen Treffern mit der AP quasi getroffen hat, haben diese keinen Schaden mehr gemacht. Das wird hier auf jeden Fall alles bearbeitet. Wer sich das noch ein bisschen genauer durchlesen möchte, kann gerne Pause im Video drücken. Des Weiteren sind hier auch noch mal ein paar andere Sachen erklärt, was geändert wird. Zum Beispiel neues Durchschlagenband für die Durchschlagung von Torpedowülsten. Das kommt zum Beispiel dazu. Außerdem hier wird noch ein bisschen was bei der Panzerung geändert. Der Sekundärgeschütze. Sofern diese zerstört sind, verschwinden dort auch die Trefferzonen, sodass die Granaten dann sozusagen direkt den Rumpf treffen und dort dann halt dementsprechend Schaden machen. Und zu guter Letzt gibt es hier auch ein paar Fehlerbehebungen. Dort könnt ihr auf jeden Fall auch noch mal Pause drücken, wenn ihr euch das durchlesen möchtet. Sowohl für die Konsolen als auch für die Mobile Version. Allerdings nichts wirklich Erwähnenswertes dabei. Und damit sind wir schon am Ende der Patch-Notizen angekommen. Also einiges, was wir hier im Update erwarten können. Fehlerbehebungen sind natürlich nie verkehrt. Ein paar Balancing-Änderungen sind natürlich auch super. Auf jeden Fall auch von ein paar Schiffen, die man wirklich selten gesehen hat. Wie zum Beispiel in der Pjota Bagration, was natürlich super ist, um dort vielleicht die Beliebtheit etwas zu steigern. Dann gibt es auf jeden Fall ein paar neue Premium-Schiffe. Definitiv hier auch eine interessante Möglichkeit, eventuell ältere Schiffe zurückzukriegen. Schreibt dort auf jeden Fall eure Meinung mal zu diesen Sammler-Editionen in die Kommentare. Würde mich doch sehr interessieren. Denn gibt es hier noch die majestätische Tage, wo man ein kostenloses Premium-Schlachtschiff erspielen kann. Gewertete Gefechte werden wir bekommen. Denn legendäre Flugzeugträger kommen ins Spiel. Transformers-Inhalte kommen dazu. Denn natürlich wie immer ein super Feldzug mit einem wirklich geilen Feldzugschiff. Und zwar der Musashi. Also auf jeden Fall hier super Sachen. Und auch noch eine alternative deutsche Linie. Die alternativen deutschen Schlachtschiffe kommen ins Spiel. Das ist auf jeden Fall doch ein nettes Update. Allerdings, ja, die Sachen, die ich mir am meisten wünsche, wie zum Beispiel Clans, Clangefechte, Trainingsräume, aktuell leider wieder nicht dabei. Das finde ich ein bisschen schade. Aber an sich ist es dennoch kein wirklich miserables Update. Sind auf jeden Fall ein paar nette Inhalte. Auch wenn ich gerne dort die Clans langsam sehen möchte. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.